Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Branson Akku Heckenschere. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese wertige Akku Heckenschere für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zur akkubetriebenen Heckenschere unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich stellen sich viele Freunde des gepflegten Gartens die Frage, ob sie sich für eine Benzin- oder für eine Akku Heckenschere entscheiden sollen. Dafür gebe ich sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Eine Akku Heckenschere hat vielleicht weniger Leistungsstärke, aber dafür gibt es auch einige Vorteile. Nämlich sind sie in der Regel deutlich leiser als die brummigen, benzinbetriebenen Akku Heckenscheren und als Naturfreund ist das schon eine sehr wichtige Eigenschaft. Außerdem hast du dir bei der Akku Heckenschere nicht diese ekelhaften Abgase, was wiederum für die Naturfreundlichkeit in der Tat ein großer Vorteil ist. Bei dieser Akku Heckenschere hat mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut gefallen. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein funktionales Gartenzubehör zum fairen Preis erwerben kannst und damit auch sehr gute Arbeiten leisten kannst, was die Pflege von deinem eigenen grünen Paradies anbetrifft. Die Leistungsstärke gefällt mir hier im Rahmen von Akku Heckenscheren wirklich sehr gut und auch das Design ist ganz schick, wie ich sagen würde. Auch die Handhabung macht einen sehr guten Eindruck, deswegen kann ich für diese wertige Akku Heckenschere in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zu diesem wertigen Gartenpflegezubehör werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß und Erfolg bei der Gartenarbeit. Alles Gute, ciao! Bis zum nächsten Mal!